Wenn ich morgens meine Tür öffne, ist dies meine Welt. Ich trete aus dem Haus und habe genau dieses Raster, diesen Ausschnitt. Und doch, denke ich, es bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss die Straße runterlaufen oder ich muss die Straße hochgehen. Aber ich kann mich niemals ausruhen auf dem, was ich habe. Denn wer sich nicht täglich neu erfindet, der findet nichts.